Herzlichen Glückwunsch. Jetzt bist du wirklich eine von uns. Es ist eine Befehlsübertragung. Nicht zu fassen, dass wir sie gefunden haben. Ihr seid offenbar ein gutes Team. Nachdem wir jetzt das Programm identifiziert haben, müssten wir es ganz leicht abschalten können. Sind deine Männer bereit? Es geht los. Ja, Ovidzi. Was ist los? Geht schnellstens zum Tor. Warum? Sie kommen. Eingehen, das Wurmloch! Halte sie auf, ich hole Hilfe! Dr. Jackson. Du kommst zu spät. Die Waffe ist noch nicht fertig. Ich komme also rechtzeitig. Ich glaube, dass jetzt alles anders ist. Erschöpfend, nicht wahr? Statt deinen Freunden zu helfen, hättest du deine Energie auf mich verwenden sollen. Hätte es einen Unterschied gemacht? Vermutlich nicht. Was war das? Ich weiß nicht, aber wir sollten nicht hierbleiben, um es herauszufinden. Wir wählen raus, bevor sich noch jemand einwählen kann. Ich hole Daniel. Daniel? Warum mache ich das? Adria! Ich verlange, dass du sofort damit aufhörst. Tut mir leid, es muss so sein, Mutter. Geh sofort zum Tor! Wir lassen dich nicht zurück! Ich komme gleich mit euch! Ich komme gleich mit euch! Tut mir leid! Ich bin heute zusammengekommen.